Hallo Freunde und schöne Grüße hier aus Leipzig. Ich bin hier heute zu Gast bei Alexander Rauhe, dem Gründer vom Vermietertagebuch. Servus Alex. Moin, Fabian, grüß dich. Wie geht's, alles gut? Mir geht's fantastisch. Bei dem Wetter kann es ja mal nur fantastisch gehen. Ja, natürlich. Schöne Wohnung hast du hier, schöne Aussicht. Und jetzt besprechen wir ein sehr interessantes Thema. Und zwar, der Alex ist gerade auf dem besten Weg, mit 40 in Rente zu gehen. Und zwar eine ganz spezielle Rente, denn die ist komplett unabhängig vom Staat. Die baut er sich nämlich selber auf. Und dieses Thema wollen wir jetzt hier besprechen. Im Laufe des Videos gehen wir darauf ein, wie er dazu kam überhaupt, diesen Weg einzuschlagen und was so die Key Steps waren, um das Ziel zu erreichen, was natürlich nicht einfach ist. Ja, das ist ja immer, wenn man von Rente spricht, ich meine, da kann man sich am meisten was vorstellen. Weil die einen nennt es jetzt finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit oder Rente. Aber ich glaube, die meisten definieren das ja mal mit dem Zeitpunkt, ab dem du quasi Geld irgendwie so ein bisschen automatisiert reinkommst. Unabhängig davon, ob das passiv ist oder nicht. Irgendwie kommt das Geld rein und du hast einfach dann die komplette Kontrolle über dein Leben. Du bist halt nicht mehr abhängig von irgendwie einem Büro, wo du hingehen musst oder dass du morgens mal aufstehen musst, sondern dass du wirklich das machen kannst, was du willst. Und das ist ja bei uns Immobilieninvestoren, wenn wir wirklich alles irgendwie auch größtenteils outgesourcet und automatisiert haben, ja auch möglich, dass man mit möglichst wenig Aufwand trotzdem einen guten Cashflow generieren kann, der natürlich nicht über Nacht kommt, wie es so einige sich immer auch hoffen und denken. Man muss da schon ein paar Jahre investieren, aber trotzdem ist es möglich, wenn man so ein paar Sachen beachtet. Und auf die werden wir heute eingehen. Wie kam es denn bei dir überhaupt dazu, dass du so gesagt hast, ich möchte jetzt so aus dem Standardweg raussteppen und so den Weg in diese Unabhängigkeit, wie du eben besprochen hast, schon reinzugehen? Wie kam das so bei dir? Ja, das lag einfach daran, weil ich irgendwann, ich bin damals ja in die Schweiz gegangen, einen neuen Job zu kriegen. Ich habe in der IT-Branche gearbeitet und als ich in der Schweiz war, konnte ich plötzlich jeden Monat viermal so viel Geld zurückleben wie vorher in Deutschland. In Deutschland konnte ich ungefähr 500 Euro pro Monat sparen und als ich in die Schweiz gegangen bin, quasi 2000 pro Monat. So, und was machst du als Jungs schon Anfang 30? Erstmal viel Reisen, ein teures Auto, große Bude, also alles verkonsumiert. Und das hat wirklich ein halbes Jahr intensiv gemacht. Und dann haben wir gesehen, okay, das macht schon Spaß und das ist cool, aber es ist halt nicht irgendwie langfristig. Und da ich aber zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert war, wirklich viel Geld zu verdienen und halt auch viel Geld übrig zu behalten, aber noch nie das Thema irgendwie auf dem Schirm hatte, Altersversorger, Rente, finanzielle Freiheit und sowas, habe ich mir da zum ersten Mal gedacht, was machst du denn mit dem Geld? Und habe mich dann mit dem Thema Immobilien beschäftigt, ziemlich schnell, damals beim Alex Fischer die Videos gesehen, ein Wochenende mir alle reingezogen und dann wollte ich direkt am nächsten Tag kaufen. Das ist mir wirklich so wie vor den Schuppen von Augen gefallen, weil ich hatte niemanden in meinem Umkreis, der sich mit dem Thema auskannte, sowohl nicht mit dem Thema Immobilien, auch generell nicht mal andere Wege neben dem normalen Hamsterrad. Und das habe ich bei dem gesehen und dachte mir, boah, wie geil ist das denn, ja, dass du es auch mal schaffen kannst, unabhängig von deinem Job zu werden, was ich weiß, 10, 15, 20 Jahre, auch 50 Jahre, ich war ja damals 30 und wenn du sagst, auch wenn es 20 Jahre dauert, dann ist es ja immer noch 15 oder 17 Jahre vor dem offiziellen Rentenalter. Und wenn du alt 50 bist und du bist dann quasi frei, kannst du noch viele Sachen machen, vielleicht nicht mit 67, wo du eher gebrechlich bist und wo du gesundheitliche Probleme kriegst. Da ist das mir wie vor den Schuppen von Augen gefangen, okay, jetzt musst du halt Gas geben. Und dann war ich eigentlich nur daran gehindert, dass ich damals in der Probezeit war. Ich habe nämlich gerade frisch meinen Job gewechselt und dann musste ich halt drei Monate Probezeit abwarten. In der Schweiz hast du halt drei Monate. Und dann habe ich quasi auf den Tag genau drei Monate, als ich mein erstes Video gesehen habe, dann drei Wohnungen gekauft. Drei Stück direkt? Gleich drei. Ja, ich habe mir die Makler alle warm gehalten, aber ich habe mir direkt angefangen, Immobilien zu suchen, habe auch welche gefunden damals. Und das waren von verschiedenen Maklern. Da haben wir dann gesagt, ja, aber ich kann gerade noch nicht finanzieren wegen der Bank. Und das war okay, dann hat die Objekte wer anders gekauft. Aber denn als absehbar war, dass meine Probezeit ausläuft, habe ich die Makler wieder angerufen und halt so, in drei Wochen bin ich finanzierbar mit dem 1. März. Jetzt suchen wir mal was. Und dann habe ich die Objekte zusammengesucht. Das waren dann auch drei Objekte in Leipzig. Habe da alles so vorbereitet, dass ich quasi direkt am 1.3. zum Notar gehen kann und dann gleich am 1.3. drei Wohnungen gekauft. Alle mit einem Termin? Alle mit einem Termin. Vom gleichen Makler? Nee, von drei verschiedenen Verkäufern, von drei verschiedenen Maklern und am Ende auch bei drei verschiedenen Notaren, weil ich habe die Nachgenehmigung von allen gemacht. Weil die Verkäufer und Makler saßen teilweise in Leipzig und ich war ja in der Schweiz, ich hatte keinen Bock hinzufahren. Also habe ich den Nachgenehmigungstermin gemacht. Aber alle drei Nachgenehmigungstermine auf denselben Termin gelegt. Und mein Notar guckt mich schon an. Boah, Herr Rauer, jetzt kommen Sie wegen der scheiß Nachgenehmigung an für so 40.000 Euro Buden. Meine günstigste war damals 36.000 im Vorort von Leipzig. Und da verdient der Teil ja nicht so viel dran. Aber halt viel Aufwand. Und der war da nicht so wirklich amused. Aber ich saß da, boah, geil, Wohnungen kaufen, Wohnungen kaufen. Und ich hatte ja nur das Ziel, ich wollte ja eigentlich langsam anfangen. Ich wollte damals 2016 eine Wohnung kaufen, um zu gucken, wie es ist. Am Ende sind es gleich sechs geworden im ersten Jahr. Und jedes Jahr dann mehr. Und ist schon eine kleine Sucht geworden, muss man sagen. Und wie ist das mit der Nachgenehmigung? Kostet das mehr wie ein normaler Termin oder gleich? Nee, das kostet, du bezahlst ja nur die Nachgenehmigung. Das kostet ja nur 50 Euro oder so. Progenehmigung. Ja, pro Nachgenehmigung. Weil du hast natürlich den ganzen Notarkram vorher, der den Kaufvertrag ja aufsetzt, mit Entwurf und auch Grundbuch, den ganzen Kram, der ganz normal ja diese, sage ich mal, zwei Prozent in Summe kostet, Grundbuch und Notar. Und diese Nachgenehmigung, die kostet irgendwas zwischen 50 und 100 Euro. Aber das Geile ist, was ich jetzt rausgestellt habe, normalerweise mache ich immer den ersten Notartermin und lasse immer den Verkäufer nachgenehmigen, dass ich mir den Notar aussuchen kann. Weil der, der den Notar bezahlt, der sucht sich den Notar ja auch aus. Und der andere, der Nachgenehmiger, oft der Verkäufer, der geht dann zu seinem Notar, der geht nämlich nach. Und jetzt habe ich vor kurzem, bin ich mal selber wieder zum Notar gegangen, zu der Nachgenehmigung, weil ich eine Wohnung verkauft habe. Ich bin rein ins Notariat. Die haben mir das Formular vorgelegt. Ich habe unterschrieben und bin wieder rausgegangen. Geil. Und das war so geil, echt fünf Minuten. Normalerweise sitzt der beim Notar eine Stunde, zwei Stunden. Der liest alles vor, was du sowieso schon weißt. Ja, und ich meine, wenn du schon ein paar Wohnungen gekauft hast, dann nervt es einfach irgendwann nur noch. Und dann das jetzt, wenn du mal die fünf Minuten, das war schon cool. Deswegen überlege ich mir, vielleicht mache ich es doch nur noch Nachgenehmigung, weil du irgendwo musst du ja auch deine Zeit in der Relation setzen. Und wenn du zwei Stunden beim Notar sitzt, in den zwei Stunden kannst du auch irgendwas anderes machen. Wenn du auf der Baustelle bist, in zwei Stunden kannst du ja, wenn du Bock hast, irgendwas renovieren oder sowas. Ja, klar. Oder du kannst zwei Stunden mehr Recherche für coole Deals machen. Ja. Und das ist immer so eine Frage, wie viel Zeit gegen Geld du da eintauscht. Ja, macht schon Sinn auf jeden Fall. Ja, aber das ist echt ein Luxusproblem, weil ich meine, ich bin jetzt ja bei über 70 Wohnungen, dass ich mich über so einen Kram aufrege. Und deswegen, das macht man natürlich am Anfang nicht. Am Anfang macht man die ganz normale Genehmigung, macht auch alles mal selber. Und irgendwann, wenn ja aber das Ziel ist, dass man aus dem Hamsterrad rauskommt, wenn man die Freiheit haben will, musst du ja viel automatisieren. Weil es kann auch sehr schnell passieren, dass man von dem einen Hamsterrad in das nächste reinkommt. Wenn du anfängst zu renovieren, wenn du anfängst, den Mieter zu suchen, wenn du Objekte selber besichtigst, wenn du immer zu den Bankterminen auch vor Ort da bist, dann kann da im Endeffekt so viel Zeit bei draufgehen, dass du dann quasi ein neues Hamsterrad hast. Das kann ja okay sein, wenn du sagst, du willst einfach nur vom Angestelltenverhältnis Vermieter werden und da deine Zeit investieren. Aber wenn dein Ziel ist, wirklich frei zu werden, dass du die Zeit einteilen kannst, dann musst du auch super viel automatisieren. Dann habt ihr bestimmt auch einiges dabei, was das Automatisieren angeht, oder? Ja, auf jeden Fall. Da muss man schon gucken, dass man seine Zeit gut einteilt und auch teilweise auch manchmal was vergibt an Handwerker, wenn man das renovieren muss. Und wir machen ja auch teilweise Sachen selber. Und manchmal macht es einfach Sinn, was zu vergeben, weil man dann auf zwei Baustellen indirekt gleichzeitig arbeiten kann. Ja, und das ist ja nicht nur der Zeitaspekt, das ist ja auch die Frage, wo du was findest. Ich habe damals ja in der Schweiz gewohnt, habe da auch geschaut, ob ich Objekte finde, habe da nichts gefunden. Ich meine, erstens waren die Renditen da super schlecht, zweitens musst du da in der Schweiz nochmal 20 Prozent Einkapital mitbringen. Und bei den Preisen in der Schweiz heißt das, du musst gleich mal 100.000 auf der Tasche haben. Deswegen kam das für mich nicht in Frage. Deswegen war mir klar, ich muss in andere Regionen gehen. Und wenn du in andere Regionen gehst, und dann ist es auch egal, ob du 200 Kilometer weg bist oder 500, dann kannst du mal nicht eben vor Ort sein. Und wenn du nicht mehr vor Ort bist, das heißt, wenn du in der Ferne investierst, dann musst du sowieso automatisieren. Und das war bei mir von Anfang an klar, dass ich in der Ferne einkaufe, dass ich investieren muss. Und deswegen direkt alles outgesourced. Und natürlich ist dann mein Cashflow jetzt am Anfang kleiner, weil ich muss ja die Dienstleister bezahlen. Ich muss Neuvermietung bezahlen, Renovierung, Besichtigung und so weiter. Aber dafür habe ich mehr Zeit. Und das ist es, was es mir am Ende wert ist, erstens mehr Zeit zu haben und auch diese Ortsunabhängigkeit. Weil vielleicht wohne ich in drei Jahren mit meiner Frau in Costa Rica. Und dann sollen die Sachen ja auch alleine weiterlaufen. Und das geht halt nur, wenn du automatisiert hast. Ja, klar. Fritz, sind wir Ende 2016. Du hast deine sechs Wohnungen gekauft. Aber da war es ja noch nicht absehbar, dass du es so richtig skalieren kannst und dass du in Rente gehen kannst mit 40. Wie ging es dann so weiter, deine nächsten Steps? Hast du dann schon den Plan dir ausgearbeitet, wo du gesagt hast, dieses Jahr 2017 werden es dann so viele Wohnungen sein oder diesen Cashflow will ich Ende des Jahres. Oder wie hast du das strukturiert alles? Ja, das habe ich ganz am Anfang gemacht. Weil ich habe am Anfang das Ziel gesetzt, als ich angefangen habe, 2016, habe ich gesagt, ich will mir in zehn Jahren 50 Immobilien kaufen und dann 5.000 Euro netto haben. Jetzt sind viereinhalb Jahre rum. Jetzt habe ich 5.000 brutto. Also davon gehen dann noch Rücklagen ab, Steuern und so weiter ab. Das heißt, ich habe jetzt die Hälfte erreicht. Habe aber ja noch die Hälfte der Zeit frei. Also ich denke mal, ich bin sehr gut im Zeitplan. Und das war so das ganze Ziel, was ich mir am Anfang gesetzt habe, in zehn Jahren finanziell frei zu sein. Auch das ist schon ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Normalerweise braucht man eigentlich eher 15 oder 20 Jahre. Allerdings braucht auch nicht jeder 5.000 netto. Es kann ja auch sein, dass der 2.000 netto ausreichend. Jeder hat ja unterschiedlichen Lebensstandard. Und dann habe ich meine Ziele aber jedes Jahr verdoppelt. Ich habe im ersten Jahr gesagt, ich will mal eine Wohnung kaufen, um zu gucken, wie es ist. Habe dann sechs gekauft. Dann habe ich das zweite Jahr gesagt, okay, ich habe jetzt im ersten Jahr sechs gekauft. Dann probiere ich es mal im nächsten Jahr mit zwölf Wohnungen zu kaufen. Habe stattdessen 20 gekauft. Also ich habe meine Ziele immer übertroffen und immer verdoppelt. Und ich bin sehr, sehr zielgetrieben und bin auch super motiviert. Und wenn ich mir Ziele hätte, versuche ich es zu erreichen. Und so hat sich das immer weiter hochgeschaukelt und habe das auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betrieben. Weil wenn du dein Ziel auch wirklich ernst nimmst, dann schaffst du das auch viel eher, die zu lösen, als wenn du sie nicht ernst nimmst. Das ist nämlich ein ganz großes Problem, weil es gibt, der Markt heutzutage ist nicht leicht und es kann schnell passieren, dass man sich dann in Ausreden wendet. Ich finde nichts, weil der Markt ist so schwierig. Ich finde nichts, weil es ist so teuer. Ich finde nichts, weil ich habe zu wenig Eigenkapital. Das sind Gründe, die stimmen. Das sind vielleicht schlechtere Voraussetzungen. Aber das macht ja das Ziel jetzt nicht weniger wertvoll. Wenn mein Ziel ist, ich will in zehn Jahren frei sein, dann ist es mir doch egal, ob ich jetzt mit 10.000 Euro Eigenkapital starte oder mit 100.000. Das Ziel ist mir ja gleich wichtig. Und wenn ich aber nur 10.000 habe, okay, dann muss ich mir mehr einen Arsch aufreißen. Dann muss ich halt mehr Gas geben. Und das ist dieses Thema, wie ernst man seine Ziele nimmt. Und je ernster du nimmst, desto besser kommst du auch einfach voran. Und so war es bei mir. Ich habe meine Ziele immer sehr ernst genommen und konnte dadurch unglaublich schnell skalieren. Und natürlich wird mit der Zeit das Netzwerk ja auch besser. Mit jedem Deal, den du machst, hast du bessere Maklerkontakte, bessere Bankkontakte, Verwalterkontakte, Handwerkerkontakte. Und je mehr Kontakte du hast, desto besser wird am Ende auch der Deal-Throw. Und wenn es am Anfang das erste Jahr noch ein bisschen beschwerlich ist, irgendwann wird es dann einfacher. Und dann macht es auch viel mehr Spaß. Deswegen am Anfang muss man sich wirklich richtig reinknien, braucht eine Portion extra Motivation. Aber dann geht es gut vorwärts. Ja, bis zu dem Punkt muss man halt durchziehen. Das ist ganz wichtig. Und nicht vorher aufhören. Ja, das ist ja wegen jedem Bereich. Egal, was du halt machen willst. Egal, ob du im Job erfolgreich werden willst, ob du im Sport erfolgreich werden willst, ob du auf Social Media erfolgreich werden musst. Am Anfang ist es immer eine Quälerei. Aber irgendwann geht es dann halt viel, viel einfacher. Und was waren so die größten Hürden jetzt auf deinem Weg? Also am Anfang hast du schon gesagt, die Probezeit war ein großes Problem für die Finanzierbarkeit. Was sind da noch so für Hürden gekommen? War es schwer, Deals zu finden? Oder was waren so die größten Schwierigkeiten, die du hattest, die du überwinden musstest? Ja, also schwer, Deals zu finden, ist halt eine Relation zu sehen. Weil ich bin der Meinung, je mehr Zeit du reinsteckst, desto mehr Erfolg hast du auch. Und ich habe wirklich jeden Tag bestimmt drei bis vier Stunden reingesteckt in die Akquise. Wirklich die Portale hoch und runter suchen, mit Makler telefonieren, Kalkulationen machen, mit Banken reden. Und da ich so viel Zeit reingesteckt habe, war es auch einfacher, dann wirklich da Erfolg zu haben in den Bereichen. So bin ich auch gut vorangekommen. Und das ist wirklich der größte Hebel, auch einfach da wirklich Zeit reinstecken, die Sache ernst nehmen, und dann kommt man auch voran. Und alle anderen Sachen, wo man am Anfang vielleicht auch ein bisschen Angst vor hat, wie viel Kredit kann ich aufnehmen? Was ist mit Problemmietern? Was ist, wenn ich mal einen Wasserschaden habe? Alle so Horrorszenarien, die man sich am Anfang ausdenkt. Auch wenn die Zinsen steigen. Das sind ja Sachen, die auch berechtigterweise immer im Hinterkopf sind. Man kann sich jetzt darüber überlegen, nimmt man die als Ausrede oder macht man trotzdem weiter? Und bei vielen Sachen habe ich gemerkt, darum muss man sich am Anfang auch gar nicht kümmern. Man muss nicht am Anfang im ersten Monat sich überlegen, wie gründe ich jetzt die perfekte Holding mit der GbH-Struktur drunter, um die erste Immobile gleich perfekt einzurichten. Und deswegen viele Sachen lernst du einfach auf dem Weg, in der Umsetzung Learning by Doing. Und das ist auch keine Rocket Science. Deswegen so richtige, fiese Brocken hatte ich eigentlich nicht, die mir abgehalten haben. Und irgendwann musste ich mal eingestehen, weil am Anfang, ich wollte auch richtig Gas geben und immer mehr, immer mehr kaufen. Und habe natürlich auch manchmal, wenn ich mal einen Monat nichts gefunden habe, aber, scheiße, diesen Monat hast du nichts gekauft, hast du nichts gefunden. Aber ich habe auch gemerkt, man kann es ja nicht wirklich erzwingen. Du kannst auch nicht zwingen, jetzt den kleinen Off-Market-Deal zu kriegen. Manchmal läuft es halt ein bisschen besser, manchmal läuft es halt ein bisschen langsamer. Und wenn du aber sagst, okay, der richtige Deal kommt schon, wenn ich halt konsequent jeden Tag halt ein bisschen dran bin, dann wird irgendwann der gute Deal kommen. Und dann braucht man einen richtigen Prozess, um einfach schnell zu sein. Und dann kommt man eigentlich auch gut vorwärts. Und alles andere lässt sich auf dem Weg dahin super erledigen. Gab es auch mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, scheiße, ey, ich will nicht mehr, ich höre auf? Nö, eigentlich nie. Nee, eigentlich nie, weil ich gemerkt habe, gut, ich muss auch sagen, ich habe auch relativ viel Puffer in meinen Immobilien drin, weil mein Durchschnitt im Portfolio liegt halt bei 8,5% Bruttorendite. Und ich weiß, 8,5% Rendite ist in Leipzig nicht das gleiche wie 8,5% in München. Ist mir klar. Aber wenn du halt einen gewissen Puffer drin hast, kannst du da unglaublich viele Probleme mit erschlagen. Was ist, wenn die Zinsen steigen? Ja, musst du einen Puffer drin haben. Was ist, wenn Reparaturen hast? Ja, wenn du einen Puffer drin hast, ist auch egal. Deswegen, wenn du dir mehr Puffer einsparst, lösen sich viele Probleme automatisch. Du schlägst die quasi mit Geld tot, mit dem Cashflow tot, wo andere Leute daran scheitern würden. Weil wenn du deine, wenn du, sage ich mal, einen 5%er kaufst, ja, und finanzierst ihn zu 100%, dann bist du ja bei plus minus null Cashflow. Und wenn dann die erste Renovierung kommt oder aber du mal einen Mietausfall hast, dann musst du sofort aus deinem Einkommen drauflegen. Und das könnte dann der Punkt sein, wo man vielleicht das Ganze ein bisschen in Frage stellt oder wenn man nicht gut aufgestellt ist finanziell, wo man vielleicht auch Probleme kriegt. Wenn du aber diesen Puffer von Anfang an hast, dann läuft es gut. Und natürlich, wenn du in Regionen kaufst, wo du nicht 8% kriegst, sondern vielleicht nur 6% oder 5%, dann musst du einfach mehr Eigenkapital einbringen. Und dir dadurch den freien Cashflow schaffen, den du als Puffer hast. Und demzufolge gab es bei mir eigentlich nie Probleme, wo ich gesagt habe, oh, die ist jetzt so groß, die kann ich nicht lösen. Ich hatte auch den Klassiker, denn Weihnachtsabend ruft mich der Mieter an, ey, wir haben hier einen Rohrbruch. An Weihnachten. Ja, Weihnachten. Der Klassiker, ne? Rohrbruch kommt immer nur am Feiertag und am Wochenende. Aber auch da, da brauchst du ja nicht in Panik verfallen, da rufst du halt den Hausmeister an, rufst einen Klempner an, dann regelt er das und danach macht das die Versicherung. Und demzufolge, es war nie irgendwo auch Rocket Science, wo ich verzweifelt bin oder wo ich irgendwie frustriert war. Natürlich habe ich ab und zu mal einen Assi-Mieter, ja, oder sowas. Aber gut, dann schlägst du dich da ein bisschen mit rum, bis hast du mit schlechten Launen, aber irgendwann wird das wieder gut. Und deswegen gab es nie eine Stelle, wo ich gesagt habe, wo ich das in Frage gestellt habe, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Gab es nie? Nee, kommt es nie. Das ist auf jeden Fall gut. Und gerade die erste Hürde, so war ja bei dir, du denkst nochmal die Probezeit. Wie hat sich das dann entwickelt dazu? War das nur die Probezeit, dass du quasi unbefristet warst, eine gute Bonität hattest du oder musst du auch immer viel Eigenkapital einbringen bei deinen ganzen Immobilienfinanzierungen? Ich habe eigentlich fast nie Eigenkapital eingebracht. Also ich habe es immer versucht, so weit wie möglich zu vermeiden, Eigenkapital einzubringen. Du brauchst zwar Eigenkapital, einfach auch als Risikopuffer und auch als Rücklage für die Instandhaltung. Aber das eine ist Eigenkapital haben, das andere ist Eigenkapital einsetzen. Und ich habe immer versucht, das zu vermeiden, indem ich eine hohe Finanzierung habe. Ich habe auch ein paar 110% Finanzierung. Ab und zu habe ich auch mal die Kaufnebenkosten auf den Verkäufer umgelegt, dass der zum Beispiel den Makler zahlt oder den Notar zahlt und so weiter. Da ist ja auch ein großer Hebel, den man machen kann. Und so habe ich immer versucht, so wenig wie möglich Eigenkapital einzusetzen, um damit schnell voranzukommen. Weil meine Bolität war natürlich auch gut. Ich habe in der Schweiz gut verdient. Eigenkapital hatte ich trotzdem am Anfang sehr wenig. Ich habe damals mit 10.000 Franken gestartet. Das war vergleichsweise wenig. Ich hatte eher das Problem, dass ich in der Schweiz war und viele Banken mit mir nicht zusammenarbeiten wollten, weil ich Steuerausländer war. Du bist nicht in der EU, du verschiedenst in Schweizer Franken, keine Euro. Das war bei mir eher das Problem. Aber auch da. Das hast du gelöst. Ja, das hast du gelöst. Und was habe ich gemacht? Ich habe 100 Banken angeschrieben. Wirklich 100, alle Sparkassen, alle Volksbanken in Sachsen, weil da bin ich ja investiert. Und von 100 Banken haben 97 gesagt, nein, Herr Rao, wir arbeiten mit ihnen nicht zusammen. Und trotzdem habe ich nicht aufgegeben. Ich habe am Ende die drei Banken gefunden, die mit mir finanzieren. Und das ist es. Man darf halt nicht bei dem ersten Nein gleich aufhören. Ich meine, wenn du halt im Club gehst und du willst eine Frau auch kennenlernen, dann sagst du ja auch nicht gleich die erste. Ja, dann musst du auch erst mal 10 Körbe abholen, bevor es dann, bevor der Vollkasten genauso ist. In jedem Business und bei Immobilien auch. Am Anfang hörst du erst mal ein paar Neins. Dann musst du aber einfach weitermachen, weil das ist ja, wo du auch das Gros ausgesiebt wird. Die meisten, die hören dann auf. Und das ist ja aber dann gut für uns, weil dann die Konkurrenz hört auf, die ging es auf und da fängst du an. Und das ist es einfach, wo du dann dich durchbeißt und wo du Vollgas gibst. Ja, geil. Auf jeden Fall geil. Geiler Ansatz. Also das war wirklich die größte Hürde mit diesem bei mir mit dem Steuerausländer. Das heißt, auf der einen Seite hast du weniger Leute, die mit dir zusammenarbeiten wollen, aber auf der anderen Seite, die mit dir zusammenarbeiten wollen, die haben richtig Bock, weil die sehen natürlich, oh, du hast ein gutes Einkommen in der Schweiz, also finanzieren wir dich und wir prüfen dich jetzt mal ein bisschen mehr im Detail und dann geht es halt auch gut voran. Und die haben ja eh die Grundschuld als Sicherheit dann von dem Objekt. Genau, die haben eh die Grundschuld und deswegen habe ich ja auch nur mit deutschen Banken zusammengefasst, also Banken, die in Deutschland sind. Ja, und auch in der Nähe des Sachsen halt. Genau, sehr oft mit regionalen Banken, halt mit Volksbanken, mit Sparkassen. Nicht nur, weil die regional sind, weil die vor allem auch ein bisschen kleiner waren, hatten die nicht dieses 0815-Muster, wo du halt durchfällst. Ich meine, die großen Banken oder eigentlich alle Banken können sich ja mit Kunden gerade totschlagen. So viele Leute wollen finanzieren, und die Banken können sich natürlich Rosinenpicken nehmen. Die suchen sich die aus, wo sie am meisten dran verdienen und wo sie den wenigsten Aufwand haben. Und gerade bei jemandem, der einmalig sein Eigenheim kauft, der nimmt vielleicht sogar schlechtere Konditionen in Kauf, weil er kennt den Markt halt nicht. Dann, er hat meistens ja nur einen Lohnzettel, den er einreichen muss. Und dann sind die einfach zu prüfen, die kaufen ihr Haus und gut ist. Wenn ich zu einer Bank hingehe, wenn ich jetzt zu einer Bank hingehe und sage, ich habe schon 70 Immobilien und die Bank muss alles prüfen, da haben die schon gar keinen Bock mehr drauf. Und deswegen bei den großen Banken bin ich da sehr oft rausgefallen, aber die kleinen Banken, die haben da schon noch Bock drauf gehabt, die prüfen dich dann. Und was halt geil ist, die kleinen Banken, die kennen auch den Markt. Das heißt, da ist wirklich nochmal die Bank, dein Freund und dein Partner, die nochmal ein zusätzliches Paar Augen haben, die drauf gucken. Manchmal bin ich mit dem Objekt zur Bank gegangen, was aus Kalkulationen sich total geil waren, mittlerweile sechs, was aus Kalkulationen sich total geil war, habe es der Bank vorgelegt und die Bank hat gesagt, da finanzieren wir dich nicht. Ich habe gefragt, warum, das sieht doch geil aus. Und die haben gesagt, ja, fahr mal dran vorbei, aber wenn dran vorbei wäre, hast du einen Gummistiefel mit. Das Ding liegt nämlich direkt am Hochwassergebiet. Und deswegen, die regionalen Banken, die kennen ihr Gebiet und die kennen auch die ganzen Gegenden, welche Gegenden gut sind, welche schlecht sind, wo Risikobietgebiet ist, wie teuer was sein muss. Und die können dir auch nochmal Tipps geben und wenn die dich dann nicht finanzieren wollen, dann machen sie das nicht, weil sie dich scheiße finden, sondern weil sie dich dann auch bewahren, davor wollen, davor bewahren wollen, dass du einen Fehler machst, weil die kennen den Markt ja sehr gut. Und wenn du irgendein zu teures Objekt mitbringst, dann sagen die das auch. Und das ist ja mal das Schöne, wenn dir eine Bank irgendwie total beschissene Konditionen anbietet, dann wollen sie durch die Blume sagen, Herr Rau, wir wollen sie zwar nicht als Kunde verlieren, aber das Objekt mal lieber nicht. Weil das hat irgendeinen Pferdefuß. Man muss da Abstand nehmen. Hast du so einen Überblick, wie viel Eigenkapital, also du sagst viel 110% Finanzierung, aber hast du so einen Überblick, wie viel Eigenkapital du in Summe jetzt eingesetzt hast schon? Mittlerweile nicht mehr. Das ist kein Überblick. Mittlerweile nicht mehr. Weil es auch mal die Frage, was rechnest du alles dazu? Weil ab und zu, gerade wenn du ja Anfangssanierung hast und davon teilweise auch ein bisschen was aus dem Eigenkapital bezahlen musst, musst du es ja auch irgendwie hinzurechnen. Einige Sachen kriegst du von der Bank, einige halt nicht. Oder wenn du es jetzt zum Beispiel im ersten Jahr vielleicht noch, was ich was im Bad umbau machst, und dann bezahlst du das Eigenkapital. Ist ja auch die Frage, was zählt dazu und was nicht. Und ich habe es mir mal vorgenommen, meine Auflistung zu machen, wie viel Eigenkapital ich mittlerweile in Summe reingesteckt habe. Aber dafür muss ich noch eine ganze Menge recherchieren. aber trotzdem wird das noch weit unter 10% sein. Weil normalerweise sagst du ja immer, 10% musst du immer mitbringen. Aber bei mir ist das weit unter 10%. Und hast du einen Überblick, wie viel Finanzierungsvolumen du in Summe am Laufen hast? Ja, mittlerweile irgendwie dreieinhalb Millionen. Dreieinhalb Millionen? Ja. Und wie ist die Verteilung so von den Banken? Ist jede Bank gleich von den sechs Banken? Oder gibt es eine Bank, die so deine Flagship-Bank ist und die anderen kriegen ab und zu mal ein Objekt? Unterschiedlich. Also eine Bank fällt jetzt komplett raus, weil die mich gar nicht mehr finanzieren will. Das ist auch eine regionale Bank. Bist du am Limit jetzt von... Nee, gar nicht. Die will mich nicht mehr finanzieren, weil wir im Regionalprinzip, das war damals meine Hausbank in Niedersachsen, die mich finanziert hat, weil es meine Hausbank war. Aber da ich natürlich meine Objekte in Sachsen habe, wollen die mich aus Regionalprinzip halt nicht mehr finanzieren. Die fliegt jetzt komplett raus. Dann habe ich noch eine zweite Bank, wo ich auch sehr viele Bausparer-Kombi-Produkte hatte. Ja, finanziere ich jetzt auch nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt schon nur noch zwei große Banken, die meine Hauptbanken sind und zwei kleinere Banken, denen ich ab und zu mal was gebe, wenn es halt passt. Weil im Endeffekt für mich das allerwichtigste Kriterium ist auch, dass eine Bank super schnell reagiert. Und ich habe eine Bank, die gibt mir halt spätestens 48 Stunden immer eine Finanzierungszusage, wenn nicht sogar in 24 Stunden. Und auch wenn die vielleicht ein bisschen schlechteren Zins hat, das ist mir dann egal. Die gibt mir so schnell eine Finanzierungszusage, dass ich halt dann direkt zum Verkäufer gehen kann und sagen, hier, ich habe die Finanzierungszusage, lass uns quasi morgen zum Notar gehen. Und dann hast du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, den Deal zu kriegen. Das macht so viel aus. Und deswegen ist es manchmal auch so, dass ich einer Bank von mir eine Immobilie gebe, einen Immobilien-Deal gebe, obwohl ich weiß, ich kriege 0,3% schlechteren Zins. Aber ich weiß, die Bank steht immer Gewehr bei Fuß, die gibt mir schnellstmögliche Finanzierung und da verliere ich keinen Deal. Das wäre einfach viel, viel mehr wert. Okay. Gut. Ich denke, dann haben wir einen ganz guten Einblick jetzt bekommen, wie es bei dir so läuft, wie du so den Weg eingeschlagen hast und wie du es so geschafft hast, so rauszusteppen aus dem System. Und hast du gesagt, als die Mieteinnahmen so hoch waren, wie dein Einkommen, jetzt ist vorbei mit Arbeiten oder wo genau war die Grenze, als du gekündigt hast? Ne, also, dass ich von meinen Mieteinnahmen leben kann, das dauert noch eine Weile, weil ich habe ja gesagt, ich bin jetzt bei ungefähr 5.000, 5.500 brutto. Aber ein Teil davon geht halt immer für Instandhaltung, Sanierung drauf. Also bei den 5,5, da ist schon die Tilgung und so weggerechnet. Das ist alles weg. Da sind alle Bewirtschaftungskosten weg und der Kredit ist halt komplett weg. Also was halt Vorsteuer auf dem Konto landet. Was eigentlich Vorsteuer auf dem Konto landen würde, theoretisch, aber du hast ja sehr oft noch außerordentliche Renovierungen, Reparaturen. Bei dem einen ist mal ein Durchlauf, war jetzt ja kaputt, bei dem anderen hast du mal eine Neuvermietung und so was. Also so unberechenbare Dinge, die zwar immer kommen, aber wo du nicht sagen kannst, das ist sonst so viel. Deswegen, die gehen auch immer weg und alles, was davon nicht weggeht, das geht bei mir gerade komplett in die Rücklage. Weil es ist auch wichtig, eine Rücklage aufzubauen, Rücklage für Mietausfall, Rücklage für Instandhaltung. Da sollte man ja ein gewisses Level haben und deswegen alles, was jetzt übrig bleibt bei mir am Ende des Monats, klar, das könnte ich fair konsumieren, mache ich aber nicht, sondern ich lege es in meine Rücklage um einfach mal erstmal eine gewisse Rücklage aufzubauen. Deswegen von den Immobilien könnte ich jetzt noch nicht leben. Ich bin irgendwann nur den Schritt aus dem Hamsterrad rausgegangen, weil ich gesagt habe, ich kann irgendwann auch von meinem Blog, von meinem YouTube-Kanal leben. Ich habe ja einen YouTube-Kanal und einen Blog und da sind irgendwann die Einnahmen so hoch gewesen. Die waren irgendwann bei zweieinhalbtausend, bei dreitausend. Im Februar, diesen Jahres, Februar 2020, war es so in dem Bereich, dass ich gesagt habe, okay, davon kann ich jetzt leben. Das ist zwar viel weniger, als ich in der Schweiz als Gehalt habe, aber da bin ich mein eigener Boss. Da musst du nicht mehr ins Büro gehen, da bist du nicht mehr abhängig und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt lieber meine Selbstständigkeit, wo ich zwar nur ein Drittel verdiene, aber es ist mein eigenes Baby und du bist halt niemals mehr Rechenschaft schuldig. Deswegen habe ich auf Grundlage damals, deswegen meinen Job damals gekündigt und das mit den Immobilien. Das läuft jetzt, wird immer größer, immer größer, weil du hast natürlich auch die Tilgung dabei, du baust Vermögen auf, aber das Ziel ist ja aufgelegt, dass ich erst nach zehn Jahren wirklich von meinen Immobilien leben kann. Das war mein Ziel von Anfang an. Jetzt habe ich halt viereinhalb Jahre rum, viereinhalb, fünf, also ich habe Halbzeit. Das heißt, ich habe jetzt nochmal fünf Jahre Zeit, da Energie reinzustecken und dann am Ende soll es natürlich auch irgendwann so sein, dass ich dann von den Immobilien erleben kann. Ja, gut, guter Plan. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Danke. Ich bedanke mich bei dir für deine Einblicke und wenn ihr irgendwelche Fragen habt an Alex, dann schreibt sie einfach unter das Video in die Kommentare. Er wird sie dann, denke ich mal, beantworten und schaut auch gerne mal bei seinen Kanälen vorbei. Und genau, dir viel Erfolg. Dankeschön. Euch auch allen viel Erfolg und bis bald. Genau, bis bald. Macht's gut. Tschüss.